Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Dragon's Dogma 2. Ich habe gestern im Stream noch ein bisschen weiter gespielt und bin ja jetzt erstmal in NG Plus und bin dann auch direkt mal hier wieder zu unserem Drachenschmied gegangen. Wer noch nicht weiß, wer das ist, entweder mal ein altes Video abchecken. Ansonsten einfach mal selber hier vorbeikommen, den Drachenschmied. Den könnt ihr erreichen, wenn ihr jetzt erstmal in Barthal seid und dann nach Norden hier an die Barthal-Küste geht. Und dieser Drachenschmied hat im NG Plus natürlich die ganzen Waffen und Ausrüstung, wie aus dem ersten Durchlauf, wenn ihr in der gottlosen Welt seid. Aber ihr könnt zusätzlich auch noch eure Klasse verbessern, also eure Laufbahn und eine Fähigkeit verbessern und das Ganze natürlich auch nochmal zurücksetzen und einen Segen erhalten, der euch entweder mehr Erfahrung gibt oder mehr Erfahrung für euer Talent, mehr Ausdauer oder mehr Items. Also, äh, falsch, nicht mehr Items, sondern dass die Leute euch schneller mögen. Und das ist extrem krass, weil das habe ich gar nicht erwartet, als ich dann hier war. Bei der Laufbahnverbesserung könnt ihr machen, ich habe hier gerade den Kriegsmeister ausgewählt, das seht ihr an diesem Drachensymbol, könnt ihr machen, dass ihr, wenn ihr ein Level-Up bekommt in dieser, also wenn ihr mit der Klasse, die ihr gerade spielt und die auch verbessert wurde hier in dieser Laufbahn, dann ein Level-Up bekommt, bekommt ihr mehr Staatserhöhung. Zum Beispiel, wenn ihr vorher drei Leben dazu bekommen habt, bekommt ihr jetzt fünf, sechs oder sogar sieben Leben pro Level-Up. Bei Stärke, Magie und so weiter ist es relativ wenig, immer eins, kommt auch ein bisschen darauf an, welche dieser Laufbahn ihr hinnehmt. Aber zum Beispiel beim Kriegsmeister kriege ich jetzt bei Leben sieben anstatt drei oder vier und das nur, weil ich hier für 20 Limpfwurmkristalle die Erhöhung gemacht habe, die Verbesserung der Laufbahn. Außerdem kann man hier die Fähigkeit verbessern, hier kann man von jeder Klasse sich eine einzige Fähigkeit aussuchen und die dann verbessern im Sinne von, dass die weniger Ausdauer, beziehungsweise nur die Hälfte der Ausdauer braucht. Ich habe hierfür die magische Sperrballliste genommen, weil die nutze ich am meisten, damit mache ich aktuell am meisten Schaden und da brauche ich jetzt nur noch die Hälfte an Ausdauer. Aber stellt euch mal vor, ihr nehmt zum Beispiel Pfeillawine bei dem Magiebogenschützen oder sowas wie Mahlstrom beim Erzmagier. Also da kann man halt alles Mögliche nehmen oder vielleicht sogar beim Krieger, dass ihr so nach vorne prescht und rennen könnt, hier gefräßiger Vorstoß. Das mit der Hälfte an Ausdauer, da könnt ihr durch ganz Wermundrennen mit einer Ausdauerleiste gefühlt. Das gleiche geht natürlich auch nochmal für euren Vasallen, bedeutet wenn ihr jetzt einen Vasallen habt, der Dieb die ganze Zeit spielt, dann könnt ihr hier natürlich auch noch was auswählen oder halt die Laufbahnverbesserung ebenfalls beim Vasall, habe ich hier auch ausgewählt für den Dieb, damit auch mein Vasall ein paar mehr Punkte bekommt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ey wie kann ich denn, wenn ich das im NG Plus gemacht habe, am schnellsten leveln und das will ich auch mit hier ins Video nehmen. Da gibt es nämlich zwei Dinge, die ihr machen könnt. Einmal ein Ring, der 50% mehr Erfahrung gibt, das ist der Ring der Ambition. Hier haben wir den, hier steht zwar ein klein wenig, es sind aber wirklich 50% mehr Erfahrung. Den bekommt ihr durch das Swings Rätsel, bedeutet einmal mein Swings Video abchecken, das habe ich ja schon vor einer Woche ungefähr hochgeladen, sehr wichtig. Nur dort könnt ihr den Ring der Ambition bekommen, pro Durchlauf einmal, bedeutet, wenn ihr den zweimal anhabt habt, wird 100% mehr Erfahrung. Und dann gibt es noch eine Waffe, den medusischen Zauberbogen, der euch ebenfalls extrem, extrem viel mehr Erfahrung gibt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ey wo kriege ich denn diesen Powerbogen her und das ist ein Drop von der Medusa. Den bekommt ihr jedes Mal, wenn ihr die Medusa tötet. Die gibt es hier in der schattenhaften Tiefe in Batal. Da würde ich jetzt einmal mit euch hingehen, vielleicht kriege ich ja auch nochmal ein Knochen von der Medusa und dann können wir den Bogen einmal leveln und ausprobieren. So, ich bin in der Höhle angekommen und hier seht ihr die Medusa. Eigentlich gibt es da nur einen Trick, den ihr beherzigen solltet. Wenn sie euch anschaut mit diesem roten Blick, dann solltet ihr auf jeden Fall das Weite suchen und versuchen hinter einer Mauer. Ansonsten kann die nämlich nicht viel, was euch irgendwie gefährlich werden könnte. Wenn ihr einen Nahkämpfer nehmt und nicht ihren Bogenschützen wie ich, dann ist auf jeden Fall der Play auf ihren Kopf zu gehen und dann einfach den Kopf anzugreifen. Wenn ihr das mit einem Dieb macht und verzaubert seid mit Elektroschaden, könnt ihr hier auch noch ein Trophäe bekommen bzw. den Kopf runterholen. Ich werde das hier mit dem Bogen machen, um zu versuchen den letzten Punch zu machen. So, Medusa down. Und da gibt es einen Knochen, einen Knochen, einen Knochen. Sehr schön, damit können wir den Bogen einmal leveln. Wichtig bei dem Bogen ist, damit ihr auch die mehr Erfahrung bekommt, dass ihr den letzten Schlag macht. Dafür gibt es entweder die Möglichkeit, eure Vasallen einfach wegzuschicken und alleine rumzulaufen oder wenn der Gegner fast tot ist, auf Halt zu drücken, damit eure Vasallen nicht mehr angreifen. Ich drücke jetzt auf Halt und sage, die sollen nichts machen und so machen die nichts mehr. Und ich habe selber die Möglichkeit, den letzten Schlag zu machen und kriege oben 2000 Erfahrungen für so einen kleinen Kackvogel. Das ist schon extrem und ich habe den Ambitionsring sogar nur einmal. Das könnt ihr also auf jeden Fall nochmal extrem erhöhen. Wichtig ist auch, der medusische Zauberbogen ist sehr schwer. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall raten, den auch so schnell wie möglich mit der Drachenverbesserung zu verbessern, damit er nur noch halb so schwer ist. Ja, und dann könnt ihr einfach durchrennen, den Bogenschützen nehmen und ganz, ganz viel Erfahrung bekommen. Ähm, ist schade, dass das nur mit dem Bogenschützen geht und nicht auch mit dem Zauberbogenschützen. Das würde ich extrem cool finden, wenn man mit Pfeilawine oder mit dem Märtyrer-Schlag, mit dem Märtyrer-Angriff beim Magiebogenschützen angreifen könnte. Da sind ja sogar Drachen und Bosse einfach One-Hit. Das geht hier mit dem normalen Bogenschützen leider nicht ganz so einfach. Aber ich habe eben zum Beispiel eine Medusa damit gekillt. Da waren es 15.000 Erfahrungen. Es ist ungefähr doppelt, dreimal so viel Erfahrung wie normal. Also schon extrem, extrem. Au, Hallöchen. Ich hoffe, das Ganze hilft euch, euren Charakter noch stärker zu machen und auch für das DLC gewappnet zu sein, das ja in der Regel bei Drang Stock mal etwas schwieriger ist. Und vielleicht sogar das maximale Level zu erreichen von 999. Immer schön den Bogen mit dabei haben, immer die Ringe ausgerüstet haben und dann jeden Boss damit besiegen. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Follower auf dem Kanal freuen, über ein Like auf dem Video und sagen, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.